Agit Kabayel auf einer Fightcard mit Anthony Joshua, Deontay Wilder, Dimitri Bivold, welcher Canelo besiegt hatte und vielen anderen großartigen Heavyweights, das erwartet uns am 23. Dezember in Saudi-Arabien. Eigentlich sollte an diesem Abend Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk antreten, durch den Kampf gegen Enganu kam dies nicht mehr zustande. Und wir haben sogar enthüllt bekommen, wer der neue Gegner von Agit Kabayel sein wird, Freunde, und es wird einfach Arslanbek Mahmoudov sein. Das Biest, welches Agit Kabayel wirklich keinen leichten Kampf liefern wird. Er steht zu Null, ist für seine Knockout-Power bekannt und ist das nächste große Talent im Schwergewicht. Der Sieger des Kampfes wird vermutlich um den Titel gegen Usyk oder Fury kämpfen können. Schreibt mir eure Prognose und Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, macht das Plus weg. Silber Daniel Junior Sprila Oder K W Sprila Con